Ich bin die reichste Frau Amerikas. Sie sind pleitig. Verdammt! Ich will einen neuen Anwalt. Michelle, Sie müssen von der Couch runter. Bringen Sie Rachel zum Löwenzahn treffen. Unsere Gruppe hat 189.000 Dollar gesammelt. Ach du Scheiße. Das ist mein Comeback. Wir gründen ein Brownie Imperium. Hey, das ist Löwenzahn-Territorium, Bitch! Woo, den Löwen haben wir die Zähne gezogen. Melissa McCarthy ist The Boss im Kino.